Es geht hier heute mal Solarschmess. Ich probiere es einfach mal aus. Ja, der erste Planet probieren wir mal aus. Der zweite versuchen wir. Wir müssen so lange die Erde zum Überleben packen, wie es nur geht. Okay, jetzt erst einmal ist es einfach zum Ausbringen, okay? Ein Mond kommt, ein Mond kommt. Was? Es können... Die ganze Welt geht kaputt. Okay. Ich schicke dann mal das ab, Leute. Er ist zu dem gequint. Ich schicke dann mal das ab. Ich schicke. Was passiert hier? Okay, wir brauchen mal diesen Sturm hier aus. Ja, definitiv Und jetzt noch mal im Versuch, aber jetzt müssen wir mal die Erde zum Leben halten Ich glaube, ich würde als erstes mit etwas schwierig und damit mit leichter Sachen würde ich jetzt wirklich sagen weil sonst, wenn man dann so die schwierigen Sachen macht dann wird halt die Erde so kaputt Also das Man muss zwei Sachen hier nehmen Ich würde sagen, das Ist das gut? Oder wäre das gut? Ach du Scheiße Okay, Menschheit lebt noch gut Jetzt kommt dieser Wurm Ich weiß, er macht er ein bisschen kaputt wahrscheinlich Machen wir mal diesen Können wir zwei nach draußen Oh nein, es ist Okay Geht da mal raus dieser Wurm Er fliegt über die Erde Okay Die Erde geht jetzt noch einigermaßen Ich habe ein Secret bemerkt Anscheinend, wenn man hier bei USA ein Raumschiff macht dann kommt so eine Rakete raus Aber stimmt sogar Ja, die Weltarbeit hat zumindest ein bisschen Ja, Amerika, das tut mir leid Okay, wir müssen dieses Teil noch machen Ja, wir machen mal weiter Ein Schutzschild Ne, zwei können wir machen Ich könnte noch eins Super machen Für Sicherheit Okay, wir müssen jetzt nach oben Einmal Heле نہیں Ooooooo so Subtra aider Das auch was gebt was wir alles Es ist oder